Herzlich Willkommen bei unserem Experten-Talk. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Wir sprechen heute über das Thema Frauengesundheit. Unser Podcast dreht sich ja rund um das Thema warum wir in einer Welt leben, für die wir nicht gemacht sind. Findest du denn, dass das für Frauen auch zutrifft? Ich musste übrigens auch über die Frage, ihr habt mir ja die Frage oder das Thema des Podcasts vorher geschickt, da musste ich auch ein bisschen drüber stolpern und habe lange auch ein bisschen darüber nachgedacht. Ich glaube, wir sind schon gemacht für die Welt, aber wir haben es verlernt, für die Welt gemacht zu sein. Ich glaube, das ganze Thema gerade für uns Frauen, Gesundheit, wir haben einfach verlernt, auf unser Bauchgefühl zu hören. Wir haben verlernt, unsere Intuition zu benutzen und die Gesundheit nicht so anzuerkennen, als das, was sie einfach auch ist. Würdest du sagen, dass Frauen früher mit dem Thema vielleicht einfacher umgegangen sind und dass es jetzt eher dazu neigt, komplizierter zu werden? Ja, ganz profanes Beispiel. Wenn wir zum Beispiel als Frau unsere Periodenbeschwerden haben, dann ist uns eigentlich oder wird uns so eingebläut, man nimmt dann ein Schmerzmittel, man verdrängt die Schmerzen. Und die Frage ist ja aber einfach, woher kommen die Schmerzen? Ist das normal, Periodenschmerzen zu haben? Oder ist das einfach was, was zeigt, dass irgendwas auch nicht in Ordnung ist? Und diese Zeichen, die da sind, richtig zu deuten und damit umzugehen, haben wir verlernt, weil wir dann einfach ein Schmerzmittel nehmen und dann ist sozusagen die Sache, hat sich die Sache erledigt. Und ich glaube auch, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr in dieses Bewusstsein kommen, auf unseren Körper zu hören. Die neue Generation nimmt ja zum Beispiel auch viel weniger die Pille. Das habe ich gerade gestern in einem Zeitungsartikel gelesen. Und ja, achtet wieder mehr auf den Körper und die Gesundheit. Ich glaube tatsächlich, dass zu Anfang da ganz viel einfach Verständnis geklärt hat oder Aufklärung, besser gesagt. Und dass sich Frauen von heute mehr mit dem Thema Gesundheit oder was tut mir und meinem Körper eigentlich gut? Obwohl man da ja auch sagen muss, nicht jede Frau hat Menstruationsschmerzen. Was würdest du sagen, woran erkennt man das? Wann sollte man vielleicht auch zum Arzt gehen? Oder ist das normal? Ich würde ganz gerne auf das, was du im ersten Satz noch gesagt hast, darauf eingehen. Ich glaube, dass das auch ein Stück weit mit, das ist immer so ein blödes Wort, aber mit der Emanzipation auch zu tun hat. Dass wir Frauen jetzt auch einfach vielleicht mehr trauen, uns das auch zu sagen, dass man die Periode hat und das nicht so totschweigen und dass halt auch während der Periode Dinge passieren oder wir mit Hormonenschwankungen zu kämpfen haben. Ich glaube, damit geht das auch einher. Kein Tabuthema einfach mehr. Genau. Wir sind unserer Fraulichkeit bewusst und es ist auch nicht mehr schlimm, sozusagen eine Frau zu sein. Und ja, Periodenbeschwerden sind nicht normal. Und Frauen, die viele Beschwerden haben, sollten auf jeden Fall zum Arzt gehen. Also auch da auch den Arzt. Also wir haben auch ganz viele, die uns schreiben, ja, mein Arzt, der kümmert sich nicht oder der sagt dann halt, keine Ahnung, nimm die Pille und dann wird es besser. Und da sollte man sich auch nicht mehr mit abfinden, sondern sollte wirklich nachbohren. Was ist denn jetzt das Problem mit meinem Körper? Warum reagiert mein Körper so? Ja, auf jeden Fall. Und das mit der Pille würde ich gerne aufgreifen. Denn es ist ja einfach so, dass du als junges Mädchen vielleicht zwei, drei Jahre erst deine Periode hast, tatsächlich dann zum Frauenarzt gehst und das Erste, was heißt, nimm mal die Pille. Mit der Pille lösen sich deine Probleme. Hast du schlechte Haut als jugendliche Frau oder, oder, oder. Aber heutzutage finde ich, driftet das so ein bisschen. Wir haben einfach mehr Auswahl als Frau. Und auch in Feltungsmitteln zum Beispiel als Frau. Und auch, was den Zyklus angeht. Wir haben ja die Menstruationstasse oder, oder, oder. Ja, das Schöne ist, dass wir aufgeklärter sind einfach. Dass man mittlerweile weiß, die Pille zu nehmen ist jetzt nicht die Lösung für alle Probleme. Man weiß ja auch mittlerweile, dass die Pille eine künstliche Regelblutung erzeugt. Und das hat man gemacht, damit man einfach das Gefühl hat, als Frau zu bluten. Das muss aber gar nicht sein. Es wird künstlich erzeugt. Und diese Aufklärung bewegt dann auch viele, vor allem halt auch jüngere Frauen, dazu zu sagen, nein, das mache ich nicht. Es muss Alternativen geben. Und ich glaube, das ist so ein Henne-Ei-Ding. Wir sind aufgeklärter, also brauchen wir auch Alternativen. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass wir uns mehr mit der Gesundheit beschäftigen und uns mehr mit dem Körper einfach beschäftigen. Einfach auch gucken, was uns so als Frau, heranwachsende Frau gut tut. Genau. Genau, da würde ich auch gleich weitergehen zum Thema Fruchtbarkeit. Denn nachdem man halt die Pille zum Beispiel als Verhütungsmittel genommen hat, kommt es ja irgendwann auch dazu, dass man vielleicht Familie gründen will. Und ich glaube, da ist die Fruchtbarkeit ein ganz großes Thema für Frauen. Denn zum Beispiel nach der Pille kann man ja wohl nicht direkt schwanger werden. Ist das denn so? Also ich bin jetzt keine Frauenärztin, aber das, was uns viele Frauen schreiben, ist, dass viele, wenn sie lange die Pille genommen haben, einfach Probleme haben, in ihren normalen Zyklus wieder reinzukommen. Also es ist jetzt nicht unbedingt das Thema, ob man dann direkt schwanger werden kann. Es ist eher das Thema, wann ist mein Zyklus wieder normal? Denn durch die Hormone verschiebt sich der ganze Körper, der ganze Hormon oder der ganze Hormonhaushalt verschiebt sich. Und das ist dann eher das Thema, wann kommt meine Periode wieder normal? Wann habe ich wieder einen normalen Zyklus? Und damit bedingt, wann ist mein Eisprung wieder normal? Und das ist dann sozusagen der fruchtbare Teil. Aber eigentlich geht es darum, wieder einen normalen Zyklus zu haben, dass der ganze Körper sich nach diesen ganzen chemischen Stoffen, die man einnimmt, wieder erholen kann. Gibt es dafür denn Tipps und Tricks vielleicht, um einfach den normalen Zyklus als Frau wieder anzuregen? Also es gibt, wir haben Nährstoffe, natürliche Nährstoffe, wo auch man ein bisschen aufpassen muss. Also zum Beispiel haben wir Mönchspfeffer. Das ist so ein Heilkraut, schon aus der Naturheilkunde. Aber auch da, nicht jede Frau verträgt Kräuter so, manche vertragen es sehr, sehr gut, manche eben nicht. Man sollte da auch mal so ein bisschen vorher sich belesen oder ganz viele schreiben uns auch und fragen. Aber klar, man kann mit Kräutern, mit irgendwie Bewegung, mit guter Ernährung, kann man seinen Körper wieder normal hinbekommen oder seinen Zyklus wieder in normale Bahnen leiten. Genau, der normale Zyklus, das ist glaube ich auch, ganz viele Frauen kennen das vielleicht gar nicht mehr, weil sie halt so viele hormonelle Fötungsmittel nehmen. Wie ist denn eigentlich der ursprüngliche normale Zyklus einer Frau? Also, gute Frage. Da gibt es auch nicht so richtig einen normalen Zyklus. Es gibt ja auch nicht so diese Standard 28 Tage, was man früher mal gesagt hat, sondern es ist immer eine Varianz zwischen 24 und 28 Tagen. Ich glaube, der Zyklus einer Frau ist relativ individuell. Es geht hier ja auch eher um so eine Regelmäßigkeit. Also klassisch, man hat seinen Eisprung, dann hat man seine Periode und dann beginnt der Zyklus wieder von vorne. Und dass da eine gewisse Regelmäßigkeit dabei ist und man auch, normalerweise spürt man seinen Zyklus, das ist eher wieder das, was die Frauen lernen müssen. Ich muss meinen Körper wieder spüren. Ich muss spüren, wann habe ich meinen Eisprung, wann habe ich meinen Fruchtbahntage und wann kommt dann die Periode. Das ist die Normalität, wo wir wieder hinkommen wollen. Genau, das finde ich ganz wichtig, was Sie gerade gesagt haben. Die Frau möchte sich selber wieder spüren. Dafür gibt es ja jetzt auch sowas wie die Menstruationsunterwäsche, um einfach mal als Frau selber zu gucken, wann bekomme ich meine Menstruation, wie lange dauert sie an, wie ist das eigentlich, einfach mal, blöd gesagt, laufen zu lassen. Und diese Möglichkeiten sind, glaube ich, für eine Frau heutzutage richtig gut, die es früher ja so nicht gab. Finden Sie, der Fortschritt ist gut so, dass wir so viele Möglichkeiten jetzt haben auch und einfach mehr Auswahl? Also prinzipiell kommt ja mit dieser ganzen Aufklärung und dem ganzen, wir sagen immer so ein bisschen Tabubrechen für die weibliche Gesundheit, beschäftigen sich Frauen vielmehr mit dem Thema. Und früher war es ja so, man hat seine Periode bekommen und dann hat man klassisch, ist man mit einer Binde eingestiegen und dann hat die Mutter einem gesagt, hier nehme mal einen Tampon und keiner hat sich damit beschäftigt. Was steckt eigentlich in dem Tampon drin oder was steckt in der Binde drin? Sind das gute Produkte, die ich dort an meinen Körper oder in meinen Körper einführe? Und das bricht gerade komplett auf und das machen wir ja auch vorrangig, dass wir sagen, wir wollen Bioprodukte produzieren. Wir wollen, dass die Frauen sich gute Produkte einführen oder an ihren Körper führen. Gerade der ganze Bereich der Vagina ist ja sehr empfindlich mit den ganzen Schleimhäuten, dem pH-Wert. Da muss man schon vorsichtig sein, was man dort so macht. Ob es gut für einen ist. Und mit der Periodenunterwäsche, die haben wir ja auch bei uns im Angebot. Und das ist ein super spannendes Thema, weil es sind so zwei Aspekte. Zum einen das Thema Nachhaltigkeit. Also klassische Periodenprodukte fabrizieren einfach super viel Müll. Und wie kann man die Periode oder das Bluten nachhaltig gestalten? Und ich glaube, dass man da auch ein bisschen bei den Naturvölkern geschaut hat. Wie gehen die eigentlich mit der Periode um? Und wie machen die das? Weil die haben keinen Zugang zu Wegwerfperiodenprodukten. So viele Produkte wie wir haben. Genau. Und dort gibt es ja diese ganze Bewegung zu waschbaren Produkten. Ich selber bin Mutter und als meine Tochter geboren wurde, gab es auch schon diese waschbaren Windeln wieder, die es ja früher schon mal gab. Und jetzt dann halt wieder das Bewusstsein, das ist super viel Müll. Wir können ja einfach waschbare Produkte produzieren, entwickeln. Und das ist eben bei der Periodenunterwäsche auch der Fall. Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema, weil bei der Periodenunterwäsche fängt man das Blut auf, wäscht das danach aus und kann sie dann halt wieder benutzen. Also man hat ein absolut nachhaltiges Produkt und der Körper kann wieder lernen, wie Bluten funktioniert. Eben nicht, indem man einen Tampon einführt und der sofort das Blut aufsaugt und man gar nicht mehr spürt, wann blutet man eigentlich in welchen Momenten. Es gibt die Bewegung von Free Bleeding. Es ist super spannend, wo Frauen wirklich, und so machen das auch die zum Beispiel afrikanischen Völker oder Naturvölker, die halt keine Wegwerfperiodenprodukte haben, die spüren, wann die Blutung kommt und können die dann sozusagen halten und dann ablassen. Und das kann man mit der Periodenunterwäsche auch richtig gut üben. Ja, haben wir halt einfach, glaube ich, auch ein bisschen verlernt. Ja, wir merken das gar nicht mehr. Free Bleeding, ne? Genau. Genau, dieses natürliche einfach, wann blute ich oder wann ist es soweit und wann nicht, weil wir bluten ja nicht und unterbrochen und den ganzen Schallhaltig, genau. Genau. Sehr schön. Dann wäre meine nächste Frage tatsächlich, was wäre denn, oder was übt sich denn positiv auf den Zyklus aus und was würden Sie sagen, eher negativ? Also im Grunde, wenn wir über Gesundheit reden, ist alles, was schlecht für die Gesundheit ist, auch schlecht für den Zyklus. Sport und Bewegung ist natürlich gut. Zu viel Sport und Bewegung ist wieder nicht so förderlich, wenn man es zu exzessiv macht. Stress ist nicht förderlich, schlechte Ernährung ist nicht förderlich. Also ich glaube, die Zyklusgesundheit ist genauso wie unsere komplette Gesundheit. Alles, was uns gut tut, tut uns auch im Zyklus gut. Es gibt natürlich Lebensmittel, die man vermeiden sollte. Wir neigen ja dazu, gerne Schokolade zu essen. Die kleinen Süßigkeiten zu früh. Genau, aber eigentlich ist das kontraproduktiv, weil der Zucker, das wissen wir aber auch, der Zucker ist einfach nicht so gut für unseren Körper. Kaffee soll man ein bisschen vermeiden, weil das Koffein auch nicht so gut ist. Aber im Grunde, glaube ich, muss man für sich selber herausfinden, was tut mir gut. Wenn man halt Schokolade braucht, dann braucht man vielleicht einfach Schokolade. Ab und zu, glaube ich, kann das und dann darf das auch einfach sein. Genau. Dann tatsächlich würde ich gerne direkt zur nächsten Phase einer Frau sprechen. Nach der Furchtbarkeit tatsächlich, das Kind-Dasein, wie entwickelt sich der Körper einer Frau vielleicht auch nach der Schwangerschaft. Ich finde, darüber reden wir eigentlich auch sehr, sehr wenig. Sehr wenig, finde ich, genau. Wir haben ja auch ein Wochenbettprodukt bei uns und beschäftigen uns natürlich auch in den sozialen Medien mit Influencern, die gerade schwanger sind. Und es ist so witzig, weil man sieht dann, wie die Frauen schwanger sind. Und der Babybauch ist vollkommen akzeptiert in der Gesellschaft. Also es sieht schön aus und man zeigt ihn auch und man zeigt ihn auch nackt. Und alles, was danach kommt, ist dann irgendwie totgeschwiegen. Oder aber man sieht, keine Ahnung, Models oder Stars, die dann halt danach aussehen wie vorher. Dabei passiert ganz, ganz viel mit dem Körper. Und auch das, was der weibliche Körper da macht, ist einfach irre. Also neun Monate lang wächst ein Kind in dir heran, deine ganzen Organe verschieben sich, alles verändert sich, deine Hormone spielen verrückt. Und ich glaube, man sollte vielmehr auch darüber reden, was danach eigentlich passiert mit dem weiblichen Körper. Und wir versuchen ja auch so ein bisschen zum Thema Wochenbett aufzuklären. Denn viele kennen diesen Begriff gar nicht und denken dann, was ist dann das Wochenbett? Und da einfach auch eine Akzeptanz zu schaffen für Frauen. Man muss danach nicht irgendwie wieder funktionieren oder super toll aussehen, sondern der Körper, da passiert ganz viel. Und danach beginnt die Regenerationszeit. Das ist das Wochenbett, wo der Körper einfach wieder sich zurückbildet, die ganzen Blutungen langsam sich stoppen und so weiter. Weil so eine Geburt ja einfach auch ein Heilungsprozess bedarf. Und dann glaube ich, dieses Phänomen, dass eine Mutter dann irgendwie so funktioniert, aber was das eigentlich bedeutet und was für eine Herausforderung das ist, das sollten wir vielmehr in der Gesellschaft auch besprechen oder dem sollten wir mehr Raum bieten. Genau, was da passiert während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, ist glaube ich auch sehr interessant. Wie sieht das Wochenbett denn, sagen wir, in der Regel, denn es ist ja bei jeder Frau etwas unterschiedlich, würde ich glaube ich behaupten. Wie sieht das Wochenbett denn in der Regel einer Frau aus? Ich glaube, da gibt es auch keine Norm. Also wie gesagt, das ist ein Regenerationsprozess. Das heißt auch, während des Wochenbettes braucht man Periodenprodukte. Entweder man nimmt Periodenunterwäsche oder es gibt extra Binden. Und ja, viele Frauen, die die schon entbunden haben, man nennt das immer so Bretter. Das sind so dicke Binden, weil der Wochenfluss natürlich wesentlich stärker ist als eine normale Regelblutung. Und im Grunde geht es darum, sich ein bisschen Ruhe zu gönnen, dem Körper sozusagen diesen Heilungsprozess vollziehen zu lassen. Die Wunde, die ja durch die Geburt im Körper entstanden ist, muss heilen. Deswegen gibt es im Wochenfluss, deswegen heißt es Wochenbett, also es gibt den Wochenfluss, wo quasi die Flüssigkeiten, das ganze Blut und alles, was da so zugehört, wieder raus muss. Und ja, im Grunde braucht man Ruhe. Und es geht natürlich auch viel um die Zeit, so sich kennenzulernen, die neue Situation auf sich zukommen lassen. Mutter sein. Mutter sein, das Kind irgendwie. Da gibt es einen neuen Mitbewohner auf einmal im Haus, den man erst mal verstehen muss. Und ja, viele Frauen haben ja auch ein totales Hormonchaos. Das heißt, man braucht eigentlich deswegen Wochenbett. Man soll eigentlich Ruhe haben und ja, sich so ein bisschen in die Situation einfinden und vielleicht auch ein bisschen Revue passieren lassen, was ist da eigentlich alles passiert. Und jetzt ist irgendwie ein neuer Mensch da und mein ganzer Körper spielt verrückt. Und viele Frauen sind ja dann auch ganz emotional irgendwie. Und genau, man braucht einfach Ruhe. Ja, da haben sie gesagt, hast du gesagt, dass der Hormonhaushalt ein bisschen verrückt spielt. Woran liegt das genau? Also da bin ich jetzt wirklich nicht so die Expertin, aber es liegt daran, ja, nee, das weiß ich, kann ich dir jetzt nicht beantworten. Und wie war das bei dir, wenn ich das fragen darf? Du bist ja schon Mutter geworden. War das für dich ganz was Aufregendes? Hast du dich sehr emotional gefühlt oder war das für dich eher wirklich, okay, ich brauche jetzt einfach Ruhe, denn eine Schwangerschaft für eine Frau ist doch was sehr Anstrengendes? Ja, also ich war einfach überfordert mit diesem Schlafmangel. Im Krankenhaus hatte ich keine Ruhe. Ich war irgendwie auf einem Zimmer mit vier anderen Frauen. Ständig heulte irgendwo ein Kind und eigentlich meine Geburt war super, super anstrengend. Ich glaube, ich war, keine Ahnung, 48 Stunden wach oder so. Und eigentlich hätte ich total die Ruhe gebraucht und ich hatte keine Ruhe. Und dann kam ich nach Hause und war irgendwie einfach nur kaputt. Und das musste ich erst mal lernen, dass mein Körper auf einmal so kaputt ist und dass ich so müde bin und man dann aber trotzdem jemanden hat, um den man sich kümmern muss. Das war für mich eigentlich das Schwierigste. Und alles, was so mit den ganzen Hormonen und dem irgendwie, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Das lief bei mir einfach so. Das war gar nicht so das Herausfordernde. Hört sich aber gut an eigentlich. Schön, schön. Und nun ist es ja so, wenn eine Frau dann ein, zwei oder so viele Kinder hat, wie sie gern hätte. Fünf, sechs, sieben. Ja, fünf, sechs, sieben, vielleicht auch zehn. Kommt sie irgendwann dazu, dass es vielleicht langsam dazu kommt, dass sie einfach keine Kinder mehr bekommen kann. Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Phase einer Frau. Würdest du mir dazu vielleicht ein bisschen was erzählen? Ja, also was wir halt auch versuchen von MyLily, dass wir, wir sagen ja immer, wir haben Produkte von der ersten Periode bis zur Menopause, dass wir einfach auch mit unserer Bekanntheit der Marke versuchen, ein bisschen aufzuklären, was auch das ganze Thema Älterwerden betrifft. Denn oftmals haben wir Frauen oder wir Frauen dürfen irgendwie nicht altern. Man kennt es ja, dass Frauen dann irgendwie versuchen, künstlich dagegen zu wirken und diesen natürlichen Alterungsprozess irgendwie nicht passieren lassen. Weil man auch einfach in der Gesellschaft, ja, alte Frauen gar nicht mehr so wahrnimmt und wir so unter diesem gesellschaftlichen Druck stehen. Eine Frau muss immer jugendlich und schön sein und keine Ahnung. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, das Thema ist auch tatsächlich so ein noch mehr Tabuthema tatsächlich. Absolut, total. Das ist vielleicht sogar der Zyklus der jungen Frau. Glaube ich auch, ja. Wir merken das immer, wenn wir Umfragen machen auf Instagram oder so das Thema so Älterwerden, was ist eigentlich, warum, warum dürfen wir das nicht? Warum ist das so ein Tabuthema? Da sind wirklich viele, die uns schreiben, dass sie Angst haben vor dem Älterwerden, auch vor dem, was hatte, wir hatten am Wochenende gerade das Thema und da schrieb eine, sie hatte Angst vor dem Zerfall. Das ist wirklich, wir sind so unter so einem gesellschaftlichen Druck, weil es uns auch die Medien so widerspiegeln. Ich habe am Wochenende gerade eine Serie gesehen, da saß eine Sängerin, ich sage jetzt nicht den Namen und die ist genauso alt wie ich und ich habe nur so gedacht, heiei, okay, alles klar, wie hat die das dann hinbekommen? Und das ist dieser Druck, den wir Frauen uns gegenseitig machen, in dem eben manche Frauen diesen Prozess nicht annehmen können. Und ich glaube, das ist ein absolutes Tabuthema, weil dieses Älterwerden, das gehört bei uns dazu und es hört ja auch nicht auf, das Leben, wenn man älter wird, sondern ganz im Gegenteil. Weil wir werden ja immer älter und im Zweifel vielleicht sogar werden wir 80, 90. Das heißt, wenn die Jugendlichkeit vorbei ist, dann haben wir immer noch 40, 50 Jahre, in denen wir leben und die Phase sollte eigentlich auch schön sein. Und auch die Menopause oder die Wechseljahre, das sind fast über 20 Jahre, die uns begleiten und da sollten wir absolut Bescheid wissen, was da passiert und da sollten wir auch keine Angst vor haben, sondern eigentlich auch das annehmen können, dass das einfach zu uns dazugehört und mit allem, was da passiert und auch mit Falten und mit Kurt Bellichens der Fall, wie das die eine Userin geschrieben hat. Und ja, ich glaube, das hängt, also das fängt aber bei uns Frauen vor allem an. Wir sollten uns dagegen wehren, weil bei Männern ist es auch völlig normal, dass sie älter werden. Und wenn wir Frauen irgendwie gemeinschaftlich sagen, hey, wir werden auch älter und das ist alles völlig normal, was da passiert, dann kriegen wir es vielleicht auch hin, dass dieser gesellschaftliche Druck nicht mehr da ist. Denn 20 Jahre sind doch schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Also das ist ja nicht so ein Zeitsprung. Und dann fängt das ja an mit den Wechseljahren tatsächlich. Also die Menopause beginnt, wir haben es gerade am Wochenende bei uns auf dem Instagram-Kanal aufgearbeitet, das Thema beginnt ab 40. Also ab 40 fängt schon an, der Östrogenspiegel zu sinken. Und ja, so erste kleine Erscheinungen fangen dann schon an. Und dieser Prozess, bis dann wirklich die Periode ausbleibt, das kann bis 65 dauern. Also es ist wirklich ein wahnsinnig langer Abschnitt. Und ja, darüber sprechen wir nicht. Das ist eigentlich wichtig, dass wir darüber sprechen. Hast du denn tatsächlich vielleicht schon von irgendwo oder deinem Unternehmen so Tipps und Tricks für vielleicht die Zeit, diese 20 Jahre, die auf jede Frau zukommen? Ich glaube auch da, man kann natürlich durch Kräuter, durch Ruhe, durch auch Bewegung, frische Luft und auch Akzeptanz, glaube ich, viel, viel machen. Es gibt aber auch da eben keine Norm, sondern bei jeder Frau ist es komplett unterschiedlich. Und wichtig ist, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Hitzewallung hat oder so, dass man vielleicht dann auch, wenn man in einem Meeting sitzt im Berufsleben, dann sagt, puh, ich habe jetzt wirklich gerade Hitzewallung, einfach normal damit umgeht und sagt, hey, das gehört jetzt einfach zu mir dazu, weil du kannst nichts dagegen tun. Das passiert halt einfach. Und die eine Frau reagiert da stärker drauf und die andere weniger stark. Und ich glaube, indem wir versuchen, das zu normalisieren, ist das eigentlich der bestmöglichste Weg, damit umzugehen. Ja, ich glaube auch, dass wir tatsächlich auf einem guten Weg dahin sind, uns Frauen zu akzeptieren und den Weg dahin zu akzeptieren. Aber ich glaube, das Spannende ist tatsächlich nochmal direkt die Menopause, wenn es wirklich dazu kommt, okay, meine Periode bleibt aus. Und das hatte ich jetzt so lange und es hat so viel in meinem, also so eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Und dann ist es plötzlich nicht mehr so. Hast du da vielleicht auch von deinen Kundinnen irgendwie gehört, okay, das ist jetzt was ganz Neues und ich fühle mich komisch? Oder bin ich jetzt noch irgendwie vollwertig? Das sind viele Ängste von Frauen. Wie werde ich mich wohl fühlen, wenn das passiert? Aber wenn man dann mit älteren Frauen oder Frauen, die in dieser Phase sind, spricht, dann sehen die das auch oft als Erleichterung an. Also das Leben wird einfacher, weil das eben nicht mehr so ist. Und dann, ich glaube, hat man ja auch irgendwann akzeptiert, dass man einfach keine Kinder mehr bekommt. Also mit 50, denke ich, ist wahrscheinlich, keine Ahnung, das Thema durch. Und dann fällt es dir bestimmt auch einfacher zu akzeptieren, dass dieser Zeitpunkt vorbei ist. Ich glaube, die Angst, die man hat, ist, wenn man noch nicht drin ist. Und wenn man drin ist, ist es ein Prozess. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so unbedingt das Thema. Wir sitzen hier in einem Wohnzimmer, um einfach ganz entspannt diesen bisschen Klatsch und Tratsch, so über das Thema, über Tabuthemen einfach zu sprechen. Und da ist das Thema Frauengesundheit natürlich auch eine Riesenrolle gerade für die jungen Frauen, die sich extrem mit dem Umbruch, was ist denn gut für mich, was ist denn nicht gut für mich, was ist nachhaltig, was ist bio vielleicht, was ist vegan, beschäftigen. Genau. Und denkst du, weil, ja, du bist jetzt auch noch jünger, dass man da so reingewachsen wird und dass die Mütter auch anfangen umzudenken oder kriegst du den Input von außen? Ich glaube tatsächlich, also da würde ich auch mal fragen, wie das bei dir so war. Also tatsächlich wurde mit mir nicht wirklich über die Fruchtbarkeit beziehungsweise die Periode gesprochen. Meine Mutter und ich haben ein sehr gutes Verhältnis. Und tatsächlich, als ich meine Periode bekommen habe, bin ich zu ihr runtergegangen und meinte, Mama, ich habe meine Periode. Aber dann hieß es, okay, es gibt Tampons und Binden. Aber so viel Aufklärung kam da nicht. Wie war das denn bei dir? Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie es war. Ist irgendwie zu lange her, keine Ahnung. Aber wir haben ein sehr schönes Produkt von uns, ist unser erste Periode-Set und das ist so auch unser emotionalstes Produkt, weil ganz viele Mütter uns schreiben, dass sie total dankbar sind. Es ist so eine kleine Box, wo so wirklich ein Aufklärungsheftchen drin ist und Periodenartikel, verschiedene, wo die Mädchen mal ausprobieren können. Und auch ein kleiner Spiegel, wo man sich mal selber betrachten kann. Oder so eine kleine Tasche, die man sich in die Schultasche stecken kann und ein Kärtchen und so. Und auch so Karten für die Eltern, wo sie vielleicht Sachen aufschreiben können, wenn man irgendwie sich nicht traut. Und das ist super emotional, das Thema. Und auch Mütter, die uns dann schreiben, oh, das ist so eine tolle Idee, weil ich selber das gar nicht, wie du auch sagtest gerade, bei mir war das gar nicht so ein Thema. Und ich glaube, wenn man auch solche Dinge mit an die Hand gibt und ein bisschen die Sachen vereinfacht, dann kommen wir dahin, dass das irgendwie normal wird, auch darüber zu sprechen. Auch für Mütter ist das, glaube ich, ganz spannend. Meine Mama ist tatsächlich Generation ein bisschen älter. Also sie hat später Kinder bekommen. Und sie hat damals, also was heißt damals, vor ein, zwei Jahren auch zu mir gesagt, du, ich glaube, ich habe mit dir nicht so offen darüber gesprochen. Einfach, weil es bei mir schon Ewigkeiten her ist. Und ich glaube, das ist ganz cool, denn sowas zu haben, womit man die Mütter vielleicht auch nochmal an die Hand nehmen kann. Zu guter Letzt würde ich dich einfach fragen, was ist denn für dich typisch gesund und typisch ungesund für eine Frau? Ich glaube, ungesund ist zum einen sich in gesellschaftlichen Zwängen oder diesen gesellschaftlichen Druck sich ausgesetzt zu fühlen. Und gesund ist alles das zu machen, worauf man Lust hat als Frau, damit es seiner Gesundheit gut tut. Und wenn ich selber für mich entscheide, was mir gut tut, dann geht es mir auch gut. Und das sollten wir Frauen, glaube ich. Sehr schön. Das finde ich ein super Abschlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich. Und ich glaube, das Thema ist noch super groß. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Sehr gerne. Super, dass du heute da warst. Finde ich super. Und ich freue mich. Ich freue mich einfach sehr, 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 dass wir heute über dieses Thema gesprochen haben. Und vielleicht auch Mädels, Frauen und ältere Frauen damit erreichen können.